Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Konstruktive Kritik. Mein Name Nikolas Alexander-Otto, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute drei Bilder von Bastian Klein für euch. Allesamt Nebelszenen, was an so einem warmen Sommertag wie heute vielleicht gar nicht so schlecht kommt. Er hatte mich darum gebeten, mal ein bisschen auf das Editing besonders zu achten, also wie die Bildbearbeitung ist und ob ich da vielleicht noch ein paar Tipps hätte, wie man den Nebel akzentuieren kann oder halt wenig den Kontrast so erhöhen kann, dass vielleicht auch ein bisschen mehr von dem Nebel eben sichtbar ist. Ich habe mein Bestes getan. Die Aufnahmen sind auf jeden Fall schon richtig gut geworden. Dementsprechend gibt es diesmal nur so Kleinigkeiten, wie man hier oder da diesbezüglich dazu sagen kann. Aber ich glaube, ihr könnt auch ein bisschen was mitnehmen. Ich habe die Aufnahmen bereits am Freitag vorgearbeitet. Das heißt also, ich habe im Prinzip schon ein bisschen Arbeit da rein investiert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die ein wenig würdigen würdet, indem ihr vielleicht den Kanal abonniert oder aber mir ein Like dalasst. Ich freue mich natürlich auch immer über konstruktive Kritik eurerseits. Also falls ihr irgendwas loswerden wollt, könnt ihr das natürlich auch immer mit in die Kommentare schreiben. Und damit möchte ich jetzt einfach erstmal anfangen, mir die drei Bilder ein wenig anzuschauen und meine Eindrücke mit euch zu teilen. Viel Spaß! Das hier also das erste Bild von Bastian. Das habe ich mir einfach mal erstmal angeschaut, wie immer nach Technik, Komposition und eben Bildbearbeitung. In dem Fall habe ich mir jetzt als erstes mal angeschaut, wie das Ganze kompositorisch aufgebaut ist. Das ist wahrscheinlich auch der interessanteste Teil. Na, mal kurz hier den Pinsel auswählen und dann einmal kurz schauen, was ich denn da zu der Komposition sagen kann. Also das Erste, was mir natürlich auffällt, ist, dass der Hauptblickpunkt, offensichtlich dieses kleine Schloss hier, da doch ein kleines bisschen schlecht wegkommt, was einfach daran liegt, dass die Kontrastmenge von dem Areal, also dem ganzen Wald, so viel größer ist und auch noch dunkler als das Hauptmotiv hier. Ist so ein bisschen schade, weil zugegebenermaßen finde ich das Motiv eigentlich sehr gelungen, aber da natürlich diese ganzen Kontrastkanten zwischen den hellen Wolken und dem Wald doch sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als das kleine Schloss, glaube ich, ist es hier ein bisschen unausbalanciert. Das ist relativ schwierig, wie man das nachher wieder korrigieren könnte. Die Aufnahme ist bei 200 Millimeter aufgenommen und ich glaube, sie hätte davon profitiert, wenn man zum Beispiel den Bildausschnitt ein kleines bisschen geändert hätte, also zum Beispiel einfach mit 400 oder 500 Millimetern sich einen kleineren Ausschnitt gesucht hätte, beispielsweise sowas hier. Man kann das natürlich dann jetzt im Nachhinein immer noch ein bisschen croppen, aber es ist schon so, dass ich glaube, dass viel von dem negativen Raum, den wir hier haben, eigentlich gar nicht so notwendig ist. Man könnte also auch ohne Probleme überlegen, ob man hier zum Beispiel den ganzen negativen Raum nach oben dadurch ein bisschen korrigieren könnte, indem man den Blickpunkt ein kleines bisschen tiefer wählt. Dann hat man natürlich das Problem, dass die Kante mit reinkommt, aber wenn man einen kleineren Bildausschnitt hat, dann wird das Schloss ein bisschen größer und dann ist die visuelle Separation hier vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, denn durch dieses Areal gibt es auch eigentlich keine große visuelle Separation zwischen dem Schloss und hier eben der Waldkante. Und dementsprechend kommt das hier oben eigentlich noch viel mehr raus, dass sozusagen wir eine große Fläche haben, eben diese hier, die eigentlich keine besondere Berechtigung in dem Bild hat, wenn es denn eben um das Hauptaugenmerk des Schlosses gibt. Ich weiß, so ein bisschen Fernsicht gerade hier oben kommt eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen das Ganze in Dimensionen besetzt, wie klein eigentlich dieses Schloss dann doch ist. Und es wird dann irgendwie dominiert, einmal von dem Wald und auch von der großen Distanz, die hier von dem Nebel überlagert wird. Aber mir persönlich ist es dann doch ein kleines bisschen zu viel drumherum, ein bisschen zu wenig Schloss. Und es ist natürlich so, dass man gerade bei solchen Perspektiven immer ein bisschen mit den Umgebungsparametern arbeiten muss. Sprich, ich habe das Problem, ich muss irgendwie einen Ort finden, wo ich eine freie Sicht auch gerade aus so einem bewaldeten Hügel habe und dann eben zwischen den Bäumen durch vielleicht diese Perspektive wählen kann. Ich kenne das Motiv selber nicht, da ich nicht so viel in Deutschland fotografiere, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da nicht allzu viel Bewegungsfreiheit hat. Und dementsprechend hat er hier wahrscheinlich die einzig mögliche Perspektive gewählt, die leider nicht so besonders gut funktioniert. In einer perfekten Welt wäre ich wahrscheinlich mit der Möglichkeit, ein kleines bisschen weiter unten und ein kleines bisschen weiter rechts, eher von der Perspektive quasi schräg so an das Schloss hineingegangen, dass man eben die Möglichkeit hat, da ein bisschen mehr visuelle Separationen auf dieser Seite zu bekommen. Und dann hätte ich das wahrscheinlich mit 500 Millimetern mal versucht und hätte oben diesen Bereich vielleicht schlicht und ergreifend weggelassen. Oder aber, wenn ich die Perspektive ein bisschen weiter unten gewählt hätte, sodass die Perspektive eben dazu führt, dass hier dieser Abstand ein bisschen verringert ist, dass ich dann den Hintergrund mit einbinde, aber eben versuche, diese negative Menge an Nebel hier einfach ein bisschen zu verringern. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Ansonsten könnte man das natürlich auch mit einer Drohne versuchen. Ich selbst bin ja kein großer Drohnen-Fan, aber ich verstehe zum Beispiel bei solchen Bildern auf jeden Fall, dass man da sich überlegt, dass den Vorteil einer Drohne nutzbar machen zu können, ist gar nicht so schlecht. So, dann ein bisschen was zur Technik. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich gehe hier unten einmal kurz auf Lightroom und zeige euch mal die Originalaufnahme. Das wäre diese hier. Also ISO 50, 200 Millimeter, f8, 20 Sekunden. Und man sieht relativ schnell, es ist ein bisschen zu dunkel. Also hier könnte man gut nochmal eine Blende drauflegen. Also 40 Sekunden wären, glaube ich, da die richtige Wahl gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass einfach die Belichtungsmesserung der Kamera hier, naja, sagen wir mal, ihren Job nicht so perfekt gemacht hat oder aber einfach die Belichtungskorrektur hier hätte angewendet werden können. Aber nichtsdestotrotz, man sieht auch hier, es sind alle Informationen vorhanden. In der blauen Stunde ist das immer ganz einfach. Dass das Bild aber eben in der blauen Stunde aufgenommen wurde, ist dem Bild so ein bisschen abhanden gekommen, wenn ihr euch nochmal den Edit anschaut hier in Photoshop. Denn die Wahl des Bildes, was die Farbe angeht, ist halt so ein bisschen eher neutral ausgefallen bei Basti. Nochmal hier die Raw-Datei im Vergleich. Also da ist einiges an Blau vorhanden gewesen, was er dann durch die Korrektur des Weißabgleiches eben entfernt hat. Wenn ich jetzt also zum Beispiel in Lightroom einfach mal sage, naja, nimm mal einen automatischen Weißabgleich, dann kommt auch eher was Neutrales raus. Ich mache das nochmal einen kleinen Tacken heller. Und dann würde man bei 7500 rauskommen. Das sieht immer noch halbwegs realistisch aus, aber ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, wenn man sich dann hier auch an den Tagesabgleich, Weißabgleich hält, 5500. Ich persönlich stehe ja auf die Blaustunde und ich mag Blau. Das ist meine Lieblingsfarbe. Von daher hätte ich hier wahrscheinlich auch dazu tendiert, das Ganze ein wenig blauer zu belassen. Und genau das wäre jetzt auch der nächste Schritt. Ich zeige euch mal eben, was ich mit der Aufnahme gemacht habe. Ich finde nämlich den Edit von Basti leider ein kleines bisschen flach. Nicht was die Kontraste angeht, sondern einfach, weil es so farblos ist. Und gerade hier oben kommt schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man diese Farbe nennen sollte, so ein leichtes Orange mit rein, Orange-Grün, irgendwie so ein bisschen schmierig. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, die Farbauswahl. Dementsprechend habe ich da ein bisschen was anderes mitgemacht, das ich euch jetzt auch mal kurz eben zeige. Das hier ist mein Edit. Vielleicht ein kleines bisschen dunkel. Das mag auch an der Lichtsituation in meinem Raum liegen. Das Histogramm sieht ganz okay aus. Mein Monitor ist auch gerade wieder neu kalibriert. Den habe ich am Wochenende noch mal kalibriert. Und dementsprechend ist das hier noch der Edit, den ich am Freitag gemacht habe. Mag bei euch wahrscheinlich noch einen kleinen Tacken besser aussehen. Könnte eventuell minimal zu dunkel sein an der Stelle. Daher der Hinweis. Ansonsten, also erstmal der krasseste Vergleich, wenn man sich das nochmal anschaut, ist eben die Farbe. Also das seiner, das mein Edit. Und da ist es schon relativ eklatant vom Unterschied her, was die Farbe angeht. Ich zeige euch eben kurz die RAW-Aufnahme, wie ich sie bearbeitet habe. Nämlich das hier. Zack. Also das ist die Vergleichsversion. Nochmal nur der Weißabgleich und alles, was ich in eben dem RAW-Converter gemacht habe. Ich öffne mal kurz das Smart-Objekt, wenn er mich denn lässt. Ja, sehr wohl. Hier so ein paar kleine Änderungen. Könnt ihr vielleicht mal kurz durchgehen. Also ich habe den Farbabgleich auch nicht auf 5500 gesetzt. Das war dann vielleicht doch einen kleinen Tag zu kalt. Also bei 6000 bin ich im Endeffekt gelandet. Habe hier so ein paar kleine Veränderungen gemacht. Ein bisschen aufgehellt. Die Lichter ein kleines bisschen runtergezogen. Könnt ihr ja nochmal schauen. Vielleicht ein kleiner Hinweis, was ich ganz gerne mache. Ich ziehe immer die Lichter runter, aber den Weißanteil hoch, sodass ich nicht zu viel Dynamik verliere. Das sieht meiner Meinung nach immer ganz gut aus. Und das war es im Prinzip auch schon. Also viel ist hier an dem Original nicht geändert worden. Na, so. Das wäre im Prinzip die eine Variante und das die andere. Also RAW und mein Edit. Nur eigentlich ein kleines bisschen aufgehellt. Und das war es im Prinzip schon. So viel hat sich da eben nicht getan. So, die nächste Veränderung, die ich gemacht habe, sind eigentlich nur ein paar Kurvenkorrekturen. Hier alle mit einer Luminanzmaske. Und dementsprechend da ein bisschen den Kontrast. Auch hier vor allen Dingen sieht man jetzt, dass in dem Schloss da ein bisschen der Kontrast rausgearbeitet wurde. Noch ein bisschen unten in den Bäumen. Dann das Gleiche nochmal ein bisschen aufgehellt, damit ich hier die Anteile in den Wolken noch ein bisschen heller habe. Dann den Wald nochmal ein bisschen minimal kontrastiert. Das könnt ihr wahrscheinlich auf YouTube gar nicht so richtig erkennen. Und zu guter Letzt eine leichte Vignette. Einfach damit hier oben der Kontrast ein bisschen rauskommt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass in der Originalaufnahme da jetzt nicht so viel Kontrast drin war. Aber auf jeden Fall auch nicht ganz so wenig wie in Busties Edit. Und ich habe versucht, da so ein bisschen den Mid-Ground zu finden. Also einfach nur so ein bisschen den Mittelweg zu gehen. Also nochmal als Vergleich. Das ist ohne Vignette. Und das ist mit Vignette. Also klar, da noch ein bisschen den Kontrast reinzukriegen. Das habe ich zu guter Letzt nicht auch deswegen gemacht, damit ich hier oben sozusagen noch ein bisschen den Eindruck erwecke, dass da nicht ganz so viel Nebel ist. Und dadurch der hier unten ein bisschen besser zur Geltung kommt. Das war aber auch schon alles. Also wie ihr sehen könnt, gab es bei dem Bild eigentlich eher so meinerseits ein Problem damit, dass das Ganze ein bisschen schwierig aussieht von dem Blickpunkt her. Einfach die Wahl des Motivs nicht ganz so optimal. Ich fand den Edit eigentlich ganz gut, auch wenn die Farbe verloren gegangen ist. Ich denke mal, dass man gerade bei solchen Szenen ganz gut mit der Atmosphäre und dadurch eben auch mit der Farbe arbeiten kann. Wenn man die ganz rausnimmt, finde ich, dann wirkt das immer so ein kleines bisschen tot. Aber ich glaube, mit der nächsten Aufnahme werdet ihr auch auf jeden Fall euren Spaß haben. Da ist nämlich schon wieder ein bisschen mehr zu machen, aber auch eher kleine Nuancen, weil der Edit von Basti, fand ich, war schon sehr, sehr, sehr gut. Da kann man gar nicht mehr so viel meckern. Ich habe trotzdem mal versucht, mein Spin anzuwenden und das Ganze ein bisschen kontrastierter zu machen. Ich hoffe mal, dass ihr auch da ein bisschen was mitnehmen könnt. Also als erstes, wie immer, Komposition. Mal ein bisschen schauen, was hier so zu tun ist. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel. Ich mag auf jeden Fall hier eigentlich die Theorie, dass hier ein paar Bäume sind, die uns so ein Grundgerüst geben, was auf der oberen Zweidrittelhälfte ist. Die Sonne schön im Zweidrittel rechts. Die ganzen Lichtstrahlen, die hier so ein bisschen rauskommen. Dann haben wir hier unten einmal diesen Bereich und diesen Bereich, die von, ich hoffe mal, das ist Ginster, aufgefuttert werden. Und in der Mitte haben wir ein bisschen Raum zum Atmen. Und das Ganze geht so ein bisschen hier durch. Und dann haben wir hier noch diese kleine Kiefer. Also insgesamt, finde ich, ist das Ganze ganz gut komponiert. Es gibt nur so zwei, drei Kleinigkeiten, wo man eventuell sich nochmal hätte repositionieren können. Das ist natürlich, wie gesagt, in der Hitze der Zeit immer nicht so ganz einfach. Und zwar gibt es hier einmal eine Überschneidung zwischen der kleinen Kiefer und dem Ginsterbusch hier. Wie gesagt, wenn das kein Ginster sein sollte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin leider kein Botaniker, auch wenn ich versuche, da mein Wissen in letzter Zeit ein bisschen zu verbessern. Aber vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, ob ich damit richtig liege oder falsch. Auf jeden Fall ist es hier eben so, dass hier eine visuelle Überschneidung stattfindet. Und ich glaube, wenn hier ein bisschen Separation wäre, fände ich persönlich das Ganze ein bisschen aufgeräumter, was mir ganz gut gefällt. Das heißt also, so ein kleiner Schritt, ein halber Schritt nach links. Und dann hätte man die Kamera ein kleines bisschen nach rechts zurückdrehen können. Außerdem hätte es den Vorteil gehabt, dass hier auch die Sonne und dieser Blütenstock hier nicht ganz so nah beieinander sind, dass hier dann sozusagen auch nicht ganz so viel Gewicht auf der Seite vereint wird. Natürlich auch doof, dass dann im Prinzip natürlich dann hier der Baum verdickt werden könnte. Das heißt, man müsste eigentlich nicht sich allzu viel bewegen. Die Frage ist natürlich, wenn er dann noch weiter nach rechts rutscht und dann irgendwann hier wäre, wie das Bild aussieht, ob dann dieser Baum hier an der Stelle schon wieder Probleme machen würde. Man könnte auch darüber nachdenken, das Bild ein kleines bisschen weiter bis nach hier zu beschneiden, damit dieses Areal nicht so ganz rauskommt, was ich vielleicht ein bisschen ablenkend finde. Aber das war es im Grunde genommen auch schon. Also so viel kann man da, finde ich, an der Komposition gar nicht mehr optimieren. Zur Technik ein kleiner Hinweis. Und zwar ist das relativ bis ziemlich gelungen. Er hat hier versucht, das Bild so stark unterzubelichten, damit im Himmel auf jeden Fall noch alle Kontraste sind. Ich kann die auch einfach mal kurz wieder herstellen. Also man sieht hier oben zumindest noch die Keros-Bewölkung oder Kondensstreifen oder was es sind. Man kann also noch ein bisschen Kontur wieder in den Himmel reinholen, wenn man jetzt hier die weißen und die Lichter halt runter nimmt. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Da heißt, da sind noch alle Informationen vorhanden. Gleichermaßen ist es aber so, wenn ihr hier schaut auf der linken Seite des Histogramms, da ist auch noch alles in den Schatten vorhanden. Also ich kann die Schwarzwerte und auch die Tiefen hochziehen und dann ist da auch noch alles möglich. Es rauscht auch noch nicht so sehr, weil der Sensor ganz gut ist. Da kann man nichts sagen. Schärfe ist auch sehr gut. Er hat hier absichtlich F16 genommen und hat damit dafür gesorgt, dass die Tiefenschärfe von vorne bis hinten bei den 35, 33 Millimetern vorhanden ist. Da würde ich auf jeden Fall also nichts anders machen. Man könnte natürlich darüber nachdenken, ob man das Ganze als Belichtungsreihe macht, also sich vernünftig überlegt, dass man das Ganze mit zwei Belichtungsstufen unterbelichtet, dann normal und dann nochmal für den Vordergrund überbelichtet und das dann in Lightroom zusammenbaut. Ist aber, wenn man hier an der Aufnahme gut erkennen kann, auch gar nicht nicht immer so möglich, beziehungsweise notwendig meine ich, weil man eben hier alle Schatten wieder herstellen kann. Und genau da hat er die Wahl getroffen, das Ganze in eine Einzelaufnahme zu machen, die dann dementsprechend vom Histogramm her auch so aussieht, dass man sie sinnvoll wieder benutzen kann. Also hier auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist und zwar, dass das Bild leicht schief ist. Da könnte man jetzt auch sagen, gut, ich setze mal hier mein Lineal an und ziehe das einmal hier rüber und dann sieht man, es ist nicht hundertprozentig gerade, aber das ist auch ein noch wirklich hohes Niveau. Ich habe es bei mir mal begradigt und eher glaube ich nicht, aber das sehen wir gleich nochmal kurz im Edit. Also auch hier technisch kann ich nichts dagegen sagen. Das ist alles soweit in Ordnung. Das Einzige, was mir hier noch aufgefallen ist, ich persönlich wäre wahrscheinlich wieder damit gegangen, den Weißabgleich ein bisschen hochzuziehen. Wahrscheinlich so um die 6.600. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das in der Datei selbst gemacht habe. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so um die 6.000 waren. So, also nochmal kurz zu dem Bild. Jetzt habt ihr die RAW-Datei kurz im Auge gehabt. Ich zeige euch die nochmal hier und dann als Kontrast eben die Aufnahme von Basti. Er hat sich also dazu entschieden, wie gesagt, den ganzen Kontrastumfang auszuschöpfen. Im Himmel hat er allerdings die Farbe so ein bisschen überdreht, meiner Meinung nach. Aber es soll dafür sorgt, dass der Himmel einen auch gelben Eindruck macht, der vielleicht im Original gar nicht so da war. Man sieht ja hier, dass es ein bisschen farbneutraler ist. Aber man möchte natürlich auch so ein bisschen mit der Farbe spielen und mit dem Gesamteindruck des Bildes. Hier die Sonne noch relativ niedrig am Horizont. Daher die warme Farbe im Licht, die er hier dadurch noch ein bisschen stärker akzentuiert hat. Dann zeige ich euch einmal kurz, was ich gemacht habe. Das wäre meine Version. Also insgesamt, falls wir uns das nochmal direkt Vergleich anschauen wollen, wesentlich kontrastreicher. Ich habe ein bisschen was von der Originalfarbe oben im Himmel übrig gelassen. Das seht ihr besonders hier in dem Areal hier an der Seite. Da habe ich eben dafür gesorgt, dass hier so ein bisschen was von dem Blau noch durchschimmert, hier oben auch noch. Dass es nicht ganz so unrealistisch wirkt. Vielleicht, also je nachdem, wie euer Sense of Reality so ist. Aber ich habe hier eben versucht, das Ganze ein bisschen realistischer zu halten. Gleich auch die Farbtemperatur hier hinten in dem Bereich nicht ganz so stark zu erhöhen. Einfach, weil ich finde, dass das, wenn man das in einer selektiven Variation macht, meistens ein bisschen besser ist. Weil wir zum Beispiel noch einen dezenten Farbkontrast zwischen den beiden Bildarealen haben. Fand ich persönlich gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, Basti hat sich halt gewüllt dazu entschieden, das eben genau so zu machen. Das ist natürlich alles immer Geschmackssache. Wie gesagt, wenn ihr da euren Senf zugeben möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Ich lese die alle und ich nehme mir wieder die auch teils sehr zu Herzen. Also hier das nochmal, mein Edit und seiner. Jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen darum, weil er mich gefragt hatte, wie das mit dem Nebel ist. Wie man den so akzentuieren kann oder so. Und dann zeige ich euch hier einmal kurz, wie ich das gemacht habe. Jetzt mag es vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen. Und einmal hier meine Grundversion. Das ist also die RAW-Datei, wie ich die entwickelt habe. Das ist die Original-RAW-Datei. Sie merkt schon, da hat sich schon ein bisschen was getan. Größtenteils, na, das ist die RAW-Datei so. Und das ist die andere RAW-Datei. Das heißt also, wenn ihr das mit meiner RAW-Datei euch anschaut, dann hat sich da schon einiges getan. Da liegt aber auch noch ein Color-FX-Pro-Filter drauf. Wenn ich den ausmache, dann seht ihr, das Ganze wirkt schon ein bisschen realistischer in die Richtung. Also das ist im Grunde genommen eigentlich auch gar nicht so weit entfernt. Und wenn ich den jetzt hier anmache, dann seht ihr, da tut sich schon ein bisschen was am Kontrast. Da ist lediglich eigentlich nur die Einstellung des Pro-Contrast drauf, damit ich den globalen Kontrast am Anfang ein bisschen verstärke. Ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht, also zu Color-FX und was ich da so für Filter nehme. Den Link packe ich hier irgendwo hin. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Dann wisst ihr auf jeden Fall genau, was ich da getan habe. So, danach habe ich diverse Kontrastveränderungen gemacht. Also wenn ich mir das hier einfach mal anschaue, das ist ohne die ganzen Veränderungen und das ist mit. Also größtenteils selektive Kontrastanpassungen. Ich mache die jetzt mal nacheinander alle aus. Dann seht ihr auf jeden Fall relativ schnell, was sich da so getan hat. Zack, zack, zack. Und dann habt ihr hier als erstes ein bisschen die Mittenkontraste verstärkt. Als nächstes habe ich ein bisschen die Lichter aufgehellt im Vordergrund. Dann habe ich hier eine leichte Kontrastveränderung nochmal im Himmel. Dann hier das, was euch wahrscheinlich oder was auch Basti am meisten interessieren dürfte, eben der Nebel. Hier habe ich ein bisschen versucht, den herauszuarbeiten. Erstmal, um den Kontrast zu erhöhen. Danach habe ich ein bisschen Nebel wieder hinzugefügt. Und als letztes habe ich noch ein kleines bisschen die Sonne desaturiert. Beziehungsweise einen Schritt habe ich jetzt gerade eben noch schnell dazu gemacht. Und zwar habe ich die Schatten wieder ein kleines bisschen aufgehoben, weil ich finde, dass ohne das der Anteil oben in den Bäumen dann doch ein bisschen zu dunkel ist. So, und das Interessanteste, was euch jetzt wahrscheinlich interessieren dürfte, ist, was ich mit dem Nebel gemacht habe. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich zeige euch das mal eben kurz. Und das sind diese drei Ebenen erstmal nochmal ohne und mit. Also hier, ich zoome mal ein kleines Stück rein, dann könnt ihr das sehen, weil das ja nur eine Änderung ist, die auch wirklich hier gemacht wurde. Ich habe hier eben die ganzen Sachen in den Ordner geschoben und dem noch eine Maske verpasst, die halt wirklich nur in den jetzt weißen Arealen diese Änderung eben zeigt. Und ich mache die mal alle nacheinander aus. Als erstes eine kleine Kontrastveränderung in den Mitteltönen. Als zweites nochmal in den Lichtern. Und als drittes nochmal in den Lichtern. Das ist eigentlich sogar exakt, wenn ich euch die Maske einmal kurz zeige, eine ganz normale Lichtermaske. Hier einmal aus den verschiedenen Kanälen. Da tut sich jetzt nicht so viel. Und das ist die Kontrastveränderung. Also ich habe bestimmt Areale aufgehellt. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal kurz, wie ich das gemacht habe. Das kann man ganz einfach machen, indem man sich Masken aus den Kanälen generieren kann. Und zwar gehe ich jetzt hier mal auf die Kanäle und lasse mir mal die verschiedenen Kanäle anzeigen. Also zum Beispiel hier mal den Blaukanal oder den Grünkanal oder den Rotkanal. Und ich brauche eben die Areale, wo hier das Ganze möglichst hell ist. Das heißt, dass ich hier nämlich die Kontrastveränderung vornehmen kann. Zur Erinnerung alles, was weiß ist, wird nachher sichtbar an Veränderung. Und alles, was schwarz ist, eben nicht. Und das heißt, hier zum Beispiel der Rotkanal wäre die richtige Wahl. Dann drücke ich einfach mal Steuerung hier auf den Kanal. Dann bekomme ich hier diese Marching Ends, nennt man das auch. Das heißt, hier lasse ich mir eine Maske einmal anzeigen. Jetzt kann ich hier oben auf die Gradiationskurve klicken. Und wenn ich wieder zurück in die Ebenepalette sehe, sehe ich, aha, er hat mir genau hier eben meine Gradiationskurvenveränderung gemacht. Aber eben mit dieser pixelgenauen Maske mit Alt- und Linksklick kann ich mir die nochmal anzeigen lassen. Und jetzt kann ich hier oben in meiner Eigenschaften-Tabelle einfach mal kurz auf diese kleine Hand gehen. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, so, ich möchte gerne mit meinem Eyedropper-Tool, das er dann auswählt, hier einfach mal drüber hoffern. Und dann sehe ich, dass auf der Kurve korrespondiert dieser Punkt durch die Gegend springt. Und immer wenn ich irgendwas Dunkles anklicke, dann geht er ganz nach unten. Und wenn ich irgendwas Helles hier oben aussuche, dann geht er eben nach oben. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel den hellen Strahl heller machen und das dunkle Areal dazwischen dunkler. Und das sieht natürlich jetzt ein bisschen krass aus, weil die Farbe mit verändert wurde. Aber ich kann jetzt sozusagen sukzessive immer gucken, dass ich hier den Kontrast eben verstärke. Zum Beispiel vorher, nachher. Das ist schon sehr, sehr krass. Allerdings auch nur, weil die Farbveränderung ist. Und wenn ich hier auf den Mischmodus gehe und auf Luminanz gehe, dann wird eben die Farbe nicht mehr affektiert, sondern es ändert sich wirklich nur noch das, was eben nur die Helligkeitsbereiche angeht. Also es ist ganz interessant. Man sagt natürlich, dadurch habe ich jetzt den Kontrast verstärkt. Dann verschwindet eben der Nebel hier ein kleines bisschen besser. Dafür kommt aber zum Beispiel hier die Veränderung besser raus. Und weil ich aber möchte, dass die Farbe sich ein kleines bisschen mit verändert, mache ich jetzt einen kleinen Trick. Ich kopiere mir die nämlich einmal. Jetzt habe ich hier die gleiche Veränderung nochmal, setze die aber vom Blending Mode auf normal, aber verringere einfach die Deckkraft auf ein paar Prozent. So, und jetzt habe ich hier vorher, nachher. Also da tut sich auf jeden Fall schon ein bisschen was. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und jetzt zeige ich euch die zweite Veränderung, die ich gemacht habe, nämlich diese hier. Und das ist eine Dodge & Burn Layer. Das ist eine Technik, die eigentlich auch relativ simpel ist, wie ich mir einfach Farbe selber hineinmalen kann. Das heißt, ich habe jetzt den Kontrast erst quasi verstärkt und dadurch den Nebeleffekt ein bisschen verringert, aber die Strahlen verstärkt. Und später, dann habe ich die Strahlen nochmal selektiv nachgezogen. Und da zeige ich euch jetzt auch mal eben kurz, wie das geht. Das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Ich brauche lediglich mir eine neue Ebene machen, dafür STRG, SHIFT und N. Und dann kommt hier eine neue Ebene, die nenne ich jetzt einfach DNB. Da müsst ihr den Füllmodus auf weiches Licht setzen. Und ich mache das ja mit neutraler Farbe für den Modus weiches Licht auf 50 Prozent Grau, damit ich die Ebene eben nicht sehe, weil 50 Prozent Grau wird quasi ausgeblendet hier in diesem Blend Modus. Und wenn ich den Mushmodus auf was anderes setze, zum Beispiel auf Aufhellen, Negativ, dann passieren halt alle möglichen anderen Dinge, weil das anders miteinander verrechnet wird. Aber hier eben kann ich es nicht sehen. So, was ich aber sehen kann, ist, wenn ich versuche, hier ein bisschen die Farben zu verändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal meinen Pinsel nehme und ich mache jetzt einfach mal hier drauf, dann seht ihr, oh mein Gott, da ist ja Farbe. Ich möchte aber natürlich eine Farbe nehmen, die relativ realistisch wirkt. Also nehme ich mir einfach eine Farbe, die ich mit dem Color Picker Tool, mit dem Farbwähler, einfach mal hier auswähle. Zum Beispiel die in dem Strahl. Die mache ich jetzt aber ein kleines bisschen heller, weil ich möchte ja, dass der Nebeleindruck eben entsteht. Und dadurch muss ich den Kontrast verringern, damit man besser sieht, wo der Nebel eigentlich ist. So, jetzt möchte ich natürlich auch nicht 100 Prozent. Dann habt ihr ja gesehen, das sieht ein bisschen unprofessionell aus. Ich nehme also mal 5. Jetzt kann ich quasi einfach hier die Areale, die schon Nebel haben, einfach ein bisschen akzentuieren. Und ich zeige euch mal kurz eben nach den paar Strichen schon, vorher, nachher. Da sieht man schon einiges. Ich schließe mal kurz die Eigenschaften-Tabelle. Und jetzt muss man eigentlich relativ präzise sich überlegen, wo man eigentlich den Nebel haben will. Das heißt, ich würde jetzt hier folgendes machen. Ich würde die Nebelstrahlen, wo sie jetzt schon eindeutig zu sehen sind, ein bisschen nachziehen. Zack, zack, zack. Hier vorne ist noch ein bisschen was. Hier ist ein bisschen was. Und dann halt gucken, dass ich das Ganze möglichst realistisch aussehen lasse. Vorher, nachher. Und das Gleiche mache ich jetzt einfach auf verschiedenen Ebenen. Dann nehme ich einfach Dmb2. Mach nochmal das Gleiche. Sag, okay, weiches Licht, neutraler Modus. Zack. Und jetzt mache ich das Ganze ein bisschen größer. Sample mir vielleicht nochmal eine neue Farbe mit dem Farbwähler. Ein bisschen heller. Zack. Und mache das Gleiche nochmal. Und sage, okay, jetzt brauche ich ein bisschen die globale Nebeleindruckung. Und ich muss halt immer ein bisschen schauen, dass ich mir nicht zu viel Nebel irgendwo hinmache, wo eigentlich keiner war. Denn die 3D-Information, die man normalerweise ja in der Szene hat, sprich vorne ist weniger Nebel und je weiter in der Distanz etwas ist, desto mehr verliert es an Kontrast und gewinnt eben an Licht dazu. Weil ich eben tiefer in den Nebel hineinschaue und perspektivisch mehr Nebel hintereinander ist. Der muss halt irgendwie erhalten bleiben. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach irgendwo hier vorne hin Nebel machen. Das würde mir halt kein Mensch abkaufen, weil so sieht es nun mal in der Realität nicht aus. Und das heißt, ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich hier immer in kleinen Iterationen mir den Nebel dahin mache, wo nun mal auch wirklich es Sinn macht, dass dort Nebel ist. Und das wäre jetzt zum Beispiel das Vorher-Nachher. Ich finde, das sieht ganz okay aus. Man muss natürlich mal gucken, wie weit man sowas machen möchte. Das ist natürlich eigentlich nicht ganz realistisch. Zum Beispiel hier oben ist vielleicht jetzt ein kleines bisschen viel, aber so kann man halt den Nebel dann an bestimmten Stellen noch ein bisschen verstärken. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das ein bisschen genauer zu machen mit einer Luminanzmaske zum Beispiel. Das zeige ich euch vielleicht gerne ein anderes Mal. Falls euch das interessiert, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist das so der zweite Trick, mit dem ich hier ein bisschen was euch zeigen wollte. So, und als letztes habe ich noch, wie gesagt, zwei, drei andere Änderungen gemacht hier. Aber insgesamt ist das mein Edit. Nochmal zum Vergleich. Das hier ist die Raw-Datei. Das ist Basti's Edit. Und das hier wäre meiner. Dann schauen wir uns auch das dritte Bild der Vollständigkeit halber nochmal an. Ich muss aber dazu sagen, dass ich da, was das Editing angeht und auch die anderen Kompositionen und technischen Dinge, nicht so viel zu sagen kann. Das ist eigentlich schon nahezu perfekt. Witzigerweise, das werdet ihr gleich sehen, ist mein Edit sogar fast genau gleich zu dem, was Basti gemacht hat. Da gibt es wirklich nur minimale Unterschiede. Aber wie gesagt, der Vollständigkeit halber möchte ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Also hier einmal das Bild für euch. Natürlich relativ leicht zu sehen hier das zentrale Motiv, diese kleine Jungbürke. Dann haben wir hier zwei Leitlinien an der Seite dieses Feldes. Hier oben noch einmal als Begrenzung ein Baum. Auf der Gegenseite auch. Und eben die Nebelstrahlen, die hier so reinfallen. Ein bisschen negativer Raum, den wir hier und hier haben. Insgesamt auf jeden Fall schön aufgeräumt und durchstrukturiert. Was ja bei solchen Szenen auch nicht immer ganz einfach ist. Vielleicht ein kleiner Hinweis, dass hier vielleicht ein bisschen visuelle Separation hätte gut stimmen können. Wenn man zum Beispiel ein kleines Stück nach links hätte gehen können. Dass sich dann sozusagen diese Äste, die hier so ein bisschen reinragen, dass die ein kleines bisschen weiter weg von der Jungbürke sind. Ob das jetzt funktioniert hätte, ist natürlich auch eine Frage, was hier dann noch ins Bild reingekommen wäre. Hier hat er ja wahrscheinlich nicht ohne Grund die größere Birke hier angeschnitten. Man sieht, hier kommt noch so ein Ast rein. Vielleicht war da direkt was daneben, was dazu geführt hat, dass dann im Endeffekt da noch ein bisschen mehr ins Bild reingerückt wäre, was da nicht hätte kommen sollen. Das gleiche haben wir hier auch. Also da müsste man auch nochmal überlegen, ob das so praktisch ist, dass hier so ein bisschen zu wenig Platz, finde ich, für die eine Birke am Bildrand ist. Aber insgesamt immer noch finde ich das durchaus vertretbar. Also kompositorisch eine ganz runde Sache. Technisch zeige ich euch einmal kurz hier unten in Lightroom, wie die Aufnahme im Original aussah. Das ist also die Aufnahme nochmal ein kleines bisschen unterbelichtet. Also erstmal 103 mm f11, ein bisschen wenig Tiefenschärfe würde man annehmen. Aber die ist auf jeden Fall gut scharf. Nach hinten darf es ein bisschen abfallen, bei 100 mm sowieso wegen der niedrigen Tiefenschärfe nach vorne hin auch. Aber 11.11 hat durchaus auch bei der Brennweite hier ausgereicht. Es ist ein bisschen dunkel. Also auch hier, wenn ich wieder auf Plus 1 gehe, dann komme ich eher zu einem Histogramm, was durchaus möglich ist. Also hier hätte die Belichtungskorrektur durchaus auch ein bisschen greifen dürfen. Aber das war es dann eigentlich. Ansonsten kann man da jetzt prinzipiell auch erstmal nichts gegen sagen. Ist eine runde Geschichte. Also hier nochmal der Direktvergleich zwischen der RAW-Datei und dem Edit von Basti. Also durchaus ein gewisser Unterschied. Aber insgesamt nicht zu weit von dem entfernt, wie die RAW-Datei eben aussah. Finde ich eigentlich immer noch relativ praktisch, dass hier sozusagen bis auf den Weißabgleich, der ein bisschen grüner gemacht wurde, oder die Kontraste wurden ein bisschen verstärkt und dergleichen mehr, das ganz gut erhalten blieb. Mein Edit hingegen sieht jetzt so aus. Und wie gesagt, auf den ersten Blick muss man schon überlegen, was ich anders gemacht habe. Und das kann man vielleicht ein bisschen sehen hier oben. Ich habe da ein kleines bisschen was verändert. Und zwar habe ich die Highlights ein bisschen ausbluten lassen. Ich habe ein kleines bisschen tiefere Schatten hier vorne wahrscheinlich. Ja, auch nicht so wirklich. Aber wie gesagt, so kleinere Bereiche, wo ich dann gedacht hatte, okay, da fällt es jetzt auf jeden Fall dann ein bisschen auf. Da könnte man mal ein bisschen was ändern. Aber insgesamt ist es sehr nah an dem, was Basti gemacht hat. Und das fand ich irgendwie lustig, dass wir intuitiv sozusagen mehr oder weniger zum selben Ergebnis gekommen sind. Ich zeige euch das einmal kurz. Also das hier ist die Veränderung an der eigentlichen RAW-Datei, die ich vorgenommen habe. Auch hier, wie gesagt, woops, nicht reinzoomen. Nicht sonderlich viel, ein bisschen aufgehellt, ein bisschen die Lichter runtergezogen, die tiefen Kontrast, weiß ein kleines bisschen. Also insgesamt eigentlich nur den Kontrast overall ein wenig erhöht. Wenn ich das jetzt mal alles zurücksetzen würde, dann würdet ihr sehen, dass da ein bisschen was von dem Kontrast verloren geht. Das spare ich mir jetzt einfach mal auf Zeitgründen. Das könnt ihr euch ja, glaube ich, ganz gut vorstellen. Insgesamt ist es dann so, dass ich hier auch nicht mehr so viel draufgesetzt habe. Also ich zeige das einmal kurz hier. Das ist eine Kurvenkorrektur, ein kleines bisschen mehr Kontrast. Dann habe ich das Ganze ein bisschen abgedunkelt. Das ist auch wieder hier mit der Luminanzveränderung gemacht worden. So, ich wollte das haben. Genau. Also Blending-Mode, dass die Farbe sich nicht zu stark verändert. Und hier habe ich halt wirklich eigentlich nur die Lichterareale ein kleines bisschen runtergezogen. Und dann nachher noch ein bisschen an den Schatten, dass das alles ein kleines bisschen mehr Kontrast bekommt. Und dann habe ich nachher selektiv per Dodge & Burn hier, wie ihr seht's, noch ein kleines bisschen was nachgeholfen. Hier einmal ein bisschen den Mittelkontrast. Hier nochmal ein bisschen die Lichter. Und eben mit diesen dreien nochmal ein klein wenig den Nebelversuch zu akzentuieren. Insgesamt jetzt aber auch nicht viel. Wie gesagt, ein kleines bisschen in der Mitte des Bildes. Einmal noch als letzten Vergleich. Das ist die RAW-Datei. Das ist Bastis Edit. Und das ist quasi meiner, der fast genauso aussieht. Ja, bei dem letzten Bild gab es jetzt nicht mehr so ganz so viel, was ich da hätte anders machen können. Aber ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen, was ich euch hier gezeigt habe. Ich hoffe mal, Bastis konnte mir auch ein bisschen was abnehmen und ist vielleicht ein bisschen inspiriert, noch ein bisschen wieder rauszugehen und zu fotografieren. Ihr hoffentlich auch. Aber erstmal herzlichen vielen Dank an Bastis für die Bilder. Falls ihr auch irgendwelche Bilder habt, dann könnt ihr mich gerne bei Instagram einfach unter at Nikolas Alexander Otto mal anschreiben. Und wenn ich mal Zeit habe, das frisst natürlich hier immer ein bisschen, dann kann ich mal wieder so ein Video machen. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei oder aber bei einem meiner Seminare. Da müssen jetzt auch für nächstes Frühjahr wieder welche eingetragen werden. Workshops, all die ganzen guten Geschichten, Fotoreisen und so weiter und so weiter. Findet ihr alles dort. Ansonsten könnt ihr mir gerne euer Feedback hier lassen. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren oder aber mir ein Like dalassen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ja, das war es dann auch von mir. Ich wünsche euch allen gut Licht. Bis zum nächsten Mal.